Willkommen zu einem neuen Video und ihr seht schon wieder, es hat sich wieder einiges umgebaut, aber darum geht es heute nicht. Ihr seht schon auf dem Bildschirm, ja auch auf dem Video allgemein, Madmonk. Das ist mal ein anderer Gamebooster. Ich habe hier eine Probopack bekommen, von denen sogar zwei. Eins geht an, ja mal gucken, wie das andere geht. Das ist quasi ein Nahrungsergänzungsmittel für Gamer und diesmal kein Pulver, also Pulver ist im Endeffekt schon, aber als Stück zum Lutschen oder kaum, wie das steht. Und ich würde sagen, das testen wir heute. Es soll vier bis sechs Stunden halten und ich mache es mal auf. Wenn das dann seht ihr ja die Webseite nebenbei. Es sind zwei drinnen, die sehen so aus ungefähr. Das sind so, ja so zum Trauenheit oder zum Lutschen. Ich würde sagen, wir gehen auf die Webseite, gucken, was hier ist. Hier ist, es könnte eine Beere sein, aber Besser als eine Reaktion zeigt, das wird spannend. Vorkonzentration, Energie ohne Absturz, das finde ich sehr gut eigentlich immer. Stressresistenz, Aus- und Erholung, Bauchzusammensetzung, unterstützt die Augen. Bei mir natürlich ganz wichtig, Gedächtnis und Gehirn, weniger Fehler, okay, das ist schon stark rausschreiben, also und Schwung, okay. Ich bin gespannt. Eine Tabletze, da quasi entweder zwei Dosen sein oder drei Kaffee vom Koffein, schätze ich mal. Würde ich jetzt mal so raten, oder Energie, mal gucken. Dann sieht man, was alles drin ist an Zeug, an natürlichen Sachen. Ich weiß, dass Plasma, das auch gerne macht mit den ganzen Aufzeigen, was drin ist, was ich sehr gut finde. Es sind wenige Filme, die sowas zeigen, finde ich sehr gut, schon mal Pluspunkte bei sowas. Man kann Abonnement unterstützen, wenn man direkt mal Promo oder was kriegt. Und die kommen aus, wenn ich richtig, die kommen aus Tschechien. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich bin nämlich, die kommen aus Tschechien. Ich habe gefragt, ob die mir was zuschicken können, die haben ja gemeint, und dann, das liegt schon ein bisschen länger rum, weil ich muss sagen, ich habe das lange, äh, vom hergeschoben, allgemein in ganzen Videos, weil ich oftmals faul war, bin ich euch ehrlich. Aber, Hier steht leider nichts. Ich würde gerne, was ich glaube, als ich glaube, ich komme aus Tschechien. Sprachen, ja, tschechisch. Über uns, hier. Aber, ich würde sagen, einfach rein in den Mund, was klang also falsch, und Ganz schmacklich, ziemlich beerig. Also, ich würde sagen, so ein Waldbeermix, so ein typischer Tee aus Waldbeermix schmeckt es ein bisschen. Finde ich sehr nass, ich mag, ich liebe Beeren, Johannesbeer, Himbeere, alles lieb ich davon. Und schmeckt es auch, so Weibbeermix mäßig. Ich würde sagen, ich gehe rein ins Zocken, ich dann die Bewertung am Ende, und ich bin gespannt. Erstmal was ganz anderes für uns. Bewertung. Mad Monk, ja, ich bin zwiegespalten. Ich bin wirklich zwiegespalten. Also, Design ist es okay. Es ist okay, mit Spannendes, aber, da kann man auch nicht viel erwarten. Geschmack, der Anfang war wirklich geil. Der Anfang war mega geil, vom Geschmack her. Aber, nach 15 Sekunden wurde es echt eklig. Also, natürlich, bitte bemerkt, der Geschmack ist immer menschabhängig. Das heißt, an und kannst du total geil schmecken, klar. Kurz hier noch mal. Vielleicht lag es auch schon zu lange rum. Oder vielleicht war man nur die eine Tablette, vielleicht ein bisschen blöd. Webseite ist top, Social Media, haben sie nur Instagram, haben sie beide sogar. auch ganz okay, 1 in 1, ganz top. Wirkung, die Wirkung ist da. 3 von 6, aber ich muss sagen, selbst, ich würde den Geschmack immer auf gleiche Stelle, gleiche, auf der Stelle packen, wie die Wirkung, denn es muss auch schmecken. Es muss auch schmecken, auf lange Sicht. Allgemein, es muss schmecken, finde ich, da es egal, wie die Wirkung ist. 3 von 6, ich finde, die Wirkung ist ganz okay. Die ist da. Aber sowas wie, zum Beispiel, weniger Fehler, habe ich nicht bemerkt. Stressresistenz, habe ich auch nicht bemerkt. Außer und Hudo, habe ich auch nicht wirklich gemerkt. Also, vielleicht muss man die mehr nehmen, sprich, auf eine längere Sicht, um das zu merken. Das kann ich natürlich nicht sagen. Passant war top, war schnell da, aus Tschechien kommen sie, deswegen, ich glaube, nach zwei Tagen, weil er da schnell ist, sehr schnell, wie ich finde. Innenstoff für 2,5 von 3 ist auch sehr nice, denn es ist sehr viel Naturkram drin, ich habe eigentlich nichts gefunden in Form von irgendwelchen chemischen Sachen, sondern eigentlich alles, was man so in der Natur findet, deswegen eigentlich sehr top, wie ich finde. und damit landet Madmonk, Madmonk, die dort heißt ja Madmonk, glaube ich, wie ich es verstehe, auf das war Note 3 mit 10 Punkten, das finde ich solide, und eine Sabelle auf Platz, dann landet Madmonk, Madmonk auf Platz 14, mit 10 Punkten, drüber Skill Energy mit Strawberry Kiwi mit 10,5 und drunter ist Emporgy Peach Ice mit 10 und Overpowered Cuban Splash mit 10, sprich, das ist halt vieles gleich, aber ich packe immer dieses neue nach oben, so gesehen, deswegen auf Platz 14, Madmonk und ein paar andere Farben drin, die Farben von den Flangen sieht übrigens auf dem Server, deswegen erste Beschreibung auf mein Disco Server, da sieht doch alle Updates früher, sprich, ihr seht die Updates früher, also kommt da gerne drauf, lasst ein Abonniert den Kanal teilt das Video liked es abonniert meine andere Social wie Instagram Twitter meinen anderen Channel der Live Channel mal gucken wie lange es noch gibt bis er gebannt wird wegen Autocuff wie weit oder sowas ich bin gespannt aber das auch zu mir wir sehen uns Dienstag wieder es kommt Dienstag ich weiß es noch nicht bis dahin ciao Bis zum nächsten Mal